captcha 2 so wir sind im zweiten teil speicher natürlich gleich einmal ab und wo bin ich hallo ach da bin ich ja gut jetzt ist das wieder an muss man auch noch rätsel dabei lösen wenn man sich gruselt okay da geht es nicht weiter und das da ist noch so einer komm ich ein bisschen schneller voran diese fratze wie die hier einfach immer noch im hintergrund rum geistert was okay da ist auch so ein Vieh Anakorp was ist das da ist noch so einer was muss ich hier machen okay okay ja was soll ich dazu sagen es ist definitiv nichts für schwache nerven das game ja diese hintergrund geräusche schon alleine die sind ja ja oh my god ja ähm genau wenn ihr wissen wollt was da steht und ihr englisch könnt drückt bitte auf pause ich klicke das jetzt hier einfach nur durch ich habe monster unter dem bett oder wie diese melodie das ist ja da okay hilfe was geschieht hier Du willst mich verarschen, oder? Die kommt rein, fragt mich, was los ist, ob ich einen schlechten Traum habe. Die hat die ganze Bude gewackelt. Ich kann nur so viel sagen, zum Glück sind meine Kinder gerade nicht da, denn dann könnte ich das gar nicht aufnehmen. Ja, meinen Kindern würde ich das Spiel nicht antun wollen. Ja, gut. Was jetzt, ähm, Fenster in einem Raum, da steht jemand. Äh, ja, Gesichter meiner Freunde, äh, watch, guck mich an, wie ich spiele, äh, ich, keine Ahnung, was das alles auf Deutsch heißen soll. Deutsche Untertitel hier drin wäre nicht schlecht, aber man kann leider nicht alles haben.